Ticke 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 Hühnerkacke Ticke 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 Hühnerkacke Amerika, Amerika, darf ich vorstellen die wunderschönste Frau auf dieser Welt Damn my oldies beautiful girl Danke. Amerika, Amerika, darf ich vorstellen, der beste Mann der Welt Guten Morgen Wir sehen uns Tschüss Ey, gib mal die Blumen, ich muss die zurückbringen, die waren teuer Ich hab extra Kassenbon mitgenommen Hey Hey Amerika, Amerika, Imani hat ein neues Spielzeug Dieses Spielzeug wird uns viele Kopfschmerzen machen Imani, nicht auf der Straße damit rumspielen, okay? Du wirfst erst wieder, wenn wir zuhause sind Imani, sag mal Flumi Flumi Luisa, wie weit bist du mit deinem Führerschein? Hälfte Hälfte Was heißt Hälfte? Hälfte heißt Theorie abgeschlossen Was fehlt dir? Praxis Ich helf dir Jetzt kommt eine wichtige Lehre für dich Heute tankst du Okay Aussteigen bitte Zuallererst Tankdeckel aufmachen Weiß ich doch Okay, was tanken wir bei dem Auto? Racing 100 V-Power Super plus Du weißt Bescheid, yalla Ich zeig dir einen Trick, Luisa Siehst du das hier? Ja Wenn du das nach hinten drückst So, und hoch die Hälfte Hälfte 80 Euro bis jetzt Falls ihr denkt, ist gleich vorbei Nein, wir haben nicht mal richtig angefangen Aber Luisa, du tankst heute das erste Mal? Ja Das heißt heute bezahlst du? Ich hab kein Geld Wann hört es auf, ne? Du reichst 133 Euro ist schon viel Hey Bratan, wie geht's? Oh nein Oh mein Gott Nettet Also so ein Auto hol ich mir auf jeden Fall nicht Jetzt rausnehmen Meine Arbeit ist erledigt Jetzt gehst du bezahlen Wir trainieren jetzt Sportler müssen trainieren, um sportlich zu sein Insta-Flancer, müssen auch trainieren Passt auf, mach an Scheiße Du hast es falsch gemacht Was machst du? So? Nein, so Guck Wir gehen jetzt das TikTok machen Here we go No It's me Merde Oh no, it's me Luigi Oh no Luisa, die Location, die wir uns ausgesucht haben Ist bisschen weiter weg Wie kommen wir auf schnellstem Weg dorthin? Ich hab eine Idee Steig einmal in Perle Okay Mömi Testimony Yeah I believe I can fly I believe I can touch the sky Touch the sky Think of the sky Think of the sky And run away Think of the sky Think of the sky You can fly away Oh Think of the sky You can open door Oh 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 It's a new day It's a new boobo Imani, was machen wir jetzt? Bobo Imani, was machen wir jetzt? Bobo 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 vor der Tür. Ein kleiner weißer Schneemann ist in einer Stunde nicht mehr hier, weil er wird schmelzen. Und du wirst ihn nie wieder sehen. Aber egal, so ist das Leben. Du musst es verstehen. Eine Stunde später. Imani! Was ist mit Mähmann? Ola! Ola! Mähmann! Baba! Oh nein! Baba! Pudding! Pudding? Cooking! Was ist Cooking? Was ist los? Ich spreche nicht deine Sprache. Cooking! Cooking ist Kochen auf Englisch. Goodie! Was soll ich machen? Mähmann! Soll ich ihn holen? Ja! Es ist vorbei, Imani. Es ist vorbei. Wir müssen uns jetzt beabschieden. Oh nein! Oh nein! Mähmann! Imani! Du hast ihn umgebracht. Ich meine, er hat keinen Kopf mehr wegen dir. Oh nein! Oh nein! Mähmann! Baba! Mähmann! Oh nein! Oh nein! Amerika! Heute ist der letzte Tag Ramadan. Das heißt, ein Tag vor Zuckerfest. Wir sind noch nicht richtig vorbereitet. Wir brauchen Klamotten für Zuckerfest. Jedes Jahr kaufen wir uns Klamotten für Zuckerfest, damit wir fresh aussehen. Dieses Jahr haben wir es noch nicht gemacht. Also wisst ihr jetzt, was unsere Mission ist. Bist du bereit? Ich bin bereit. Okay, let's go. Wir sind wieder in Neukölln. In Neukölln bekommt man alles. In Neukölln bekommt man alles, was man sucht. Brauchst du orientalische Sachen, bist du hier richtig. Brauchst du einfach alles, bist du hier richtig. Egal, was du suchst, bist du hier richtig. Ey, das ist ein Red Bull Auto. Man sagt doch immer, dass im Red Bull Auto Red Bulls sind. Wirklich? Oh no! Klamotten haben wir. Jetzt brauchen wir Bakrava. Zuckerfest heißt viel Zucker. Mitkommt. Ich mach das Essen für die Familie. Leute, hier wird Essen gemacht. Einmal Gemüse, einmal Fleisch, einmal Grill. Ey, kann man sich grillen? Nein, obwohl doch. Ramadan, letzter Tag. Es muss gut gegessen werden. Ich kümmere mich um die Familie. Ich bereite jetzt das Essen vor. Was ist das für ein Fleisch? Von welchem Tier? Antrico. Was ist Antrico? Ein Stier, er heißt Antrico. Das ist ein Hintern. Oh no! Luisa, wo hast du diesen Grill gekauft? Das ist doch kein Grill, Mann. Das ist ein Toaster. Nee, ist noch nicht fertig. Ist noch rot. Super Geschmack, Luisa. Aber das liegt am Koch. Ich bin ein super Koch. Wow! Wer ist Nussred? Nada. Nada Nussred. Wer ist Nussred? Wer ist Nussred? Hol ihn nach Berlin. Ich ziehe ihn von seinen Haaren. Er macht man auf Steak. Ich bin Abu Steak. Wir müssen ein Steakhaus aufmachen. 100%. Vor Speise Nada Steak. Nach Speise Jindawi Bull. Das ist die Idee. Wir brauchen einen Investor. Hey, boah. Guten Morgen, Amerika. Ich wünsche Ihnen ein gesegnetes Fest. Ich wünsche Ihnen und euch allen da draußen auch ein schönes Zuckerfest. An Zuckerfest gibt es nicht nur Zucker, sondern Geld. Imani, komm her. Willst du das? Das für dich. Imani, wohin? Was ist das? Sie kriegt Geld, sie haut ab. Imani, wohin? Sie wollte sich mit 5 Euro ein neues Leben aufbauen. Ey, boah. Mila. Haid Mubarak. Haid Mubarak. Du bist meine kleine Schwester. Jetzt gib es ein bisschen Kohle für dich. Wie viel willst du? Ich weiß nicht. Deine Entscheidung. Ein Dollar. Gib nicht alles auf einmal raus, okay? Spaß, Mila. Ich habe noch mehr für dich. Hier hast du noch einen Dollar. Ich habe ein Geschenk für Imani. Ich mache ein Spann. Bubu. Bubu. Bubis. Ey, Mila, voll die schönen Geschenke. Na, Dad, weil du älter bist, musst du mir Geld geben. Aber ich muss Imani Geld geben, weil ich bin auch älter als sie. Zieh mal raus. Das mit den Dollars war Spaß. Hier hast du 50 Euro. Oha, 50 Euro? Meine Emo. Soll ich aufmachen? Oh, Bubu. Mila, weißt du, was wir jetzt machen? Wir gehen zum Rummel. Achterbahn fahren. Imani, weißt du, wo wir jetzt hingehen? Baby. Was ist das für ein Bubu mit Seiten auf Null? Hä, diese Bubu hat Seiten auf Null. Let's go. Tito. Let's go. Let's go. Wuhuuu. Wuhuuu. Eine junge Frau mit ihr Hund und das kleine Kind. Welch Hund? Ich? Wo es nett ist? Alle schneller. Ja. Wir haben jetzt gestorben. Leben wir noch. Er hat eingeschlafen. Aber. Wuhuuu. 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 Bis zum nächsten Mal.